Was sind die Nebenwirkungen von Glucosaminsulfat? Die Nebenwirkungen von Glucosaminsulfat sind in der Regel mild, obwohl alle störenden Symptome, die nach Einnahme dieses Medikaments auftreten, einem Arzt zur weiteren medizinischen Beurteilung gemeldet werden sollten. Zu den am häufigsten berichteten Nebenwirkungen gehören Übelkeit, Durchfall oder Verstopfung. Weitere Nebenwirkungen von Glucosaminsulfat können Kopfschmerzen, Schwindel oder Hautreaktionen sein. Personen, die allergisch gegen Schalentiere oder an Diabetes leiden, sollten dieses Medikament nur unter direkter Aufsicht eines Arztes einnehmen. Fragen oder Bedenken zu möglichen Nebenwirkungen von Glucosaminsulfat sollten individuell mit einem Arzt oder einer anderen medizinischen Fachkraft besprochen werden. Gastrointestinale Störungen gehören zu den häufigsten Nebenwirkungen von Glucosaminsulfat. Zu diesen Symptomen zählen Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall. Bei einigen Patienten kann es zu Verstopfung kommen oder zwischen Anzeichen von Verstopfung und Durchfall wechseln. Sodbrennen, Appetitlosigkeit oder Bauchschmerzen können ebenfalls auftreten. Einige dieser Nebenwirkungen können durch Einnahme des Medikaments mit Nahrung oder Milch minimiert werden. Bei der Einnahme von Glucosaminsulfat kann es zu Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen oder Schwindel kommen. Dieses Medikament kann das Blutungsrisiko erhöhen, insbesondere bei Patienten mit Blutungsstörungen. Einige Medikamente oder pflanzliche Präparate können diese Risiken erhöhen. Daher sollte vor der Anwendung ein Arzt konsultiert werden. Hautreaktionen wie Hautausschlag, Juckreiz oder Brennen können bei einigen Personen auftreten, die Glucosaminsulfat verwenden. Während diese Hautreaktionen normalerweise mild sind, sollten alle signifikanten Hautveränderungen einem Arzt gemeldet werden, um eine mögliche allergische Reaktion auszuschließen. Wer auf Schalentiere allergisch ist, sollte dieses Medikament nur unter direkter Aufsicht eines Arztes verwenden. Glucosaminsulfat wird aus den Schalen von Krabben, Hummern oder Garneln hergestellt. Die meisten Menschen mit einer Schalentierallergie reagieren nur auf das Fleisch dieser Tiere, obwohl es einige Berichte über ähnliche Reaktionen bei der Einnahme dieses Medikaments gibt. Einige Nebenwirkungen von Glucosaminsulfat können Veränderungen des Blutzuckers oder Symptome von Asthma wie Husten, Keuchen oder Atembeschwerden sein. Diabetiker sollten vor der Einnahme dieses Arzneimittels einen Arzt konsultieren, da eine häufigere Blutuntersuchung empfohlen werden kann. Personen mit Asthma oder anderen Atemwegserkrankungen wird möglicherweise nicht empfohlen, Glucosaminsulfat einzunehmen. In seltenen Fällen kann es bei der Einnahme von Glucosaminsulfat zu einer schweren und möglicherweise lebensbedrohlichen allergischen Reaktion kommen, die als Anaphylaxie bezeichnet wird. Zu den Symptomen einer allergischen Reaktion gehören Schwellungen im Gesicht, Atemnot und Schmerzen in der Brust. Diese Symptome sollten als medizinischer Notfall behandelt werden, da der Tod innerhalb weniger Minuten ohne sofortige ärztliche Hilfe eintreten kann.